Ein richtiges Thema, ich wollte euch einfach noch ein bisschen sagen, was gerade so los ist. Und zwar fang ich mal damit an, dass ich ja, wie ihr mittlerweile schon mitbekommen haben dürftet, wenn ihr nicht die Videos einfach immer nur über das Abonnenten-Feed anklickt, oder über sonst irgendwelche vorgeschlagene Sachen oder sowas, sondern auf Kanale, die ihr immer guckt. Da sollte euch mittlerweile aufgefallen sein, dass ich ein neues Kanal-Design habe. Das wurde von, äh, Elpemirai, oder wir haben einige unter der Rechte im Namen kennen, von Sven. Also Elpemirai ist auch bei mir unten verlinkt. Sehr viel größer als ich übrigens, äh, gemacht worden, was ich sendet von ihm finde. Ja, er hat mir einfach mal so ein kleines Kanal-Design gemacht, was irgendwie 10.000 mal besser ist als alles, was ich jemals zustande gekriegt habe. Oh, ein Gold-Dungeon, ein Gold-Dungeon, ein Gold-Dungeon, ein Gold-Dungeon. Gold-Dungeon, ein Gold-Dungeon. Okay, äh, was... Ich schreibe mal eben die Koordinaten auf. Was 10.000 mal besser ist als alles, was ich jemals zustande gekriegt habe, mit Photoshop. Oder irgendwelchen anderen Bildbearbeitungsprogrammen. Äh, dann könnt ihr auch gerne mal auf seinen Kanal vorbeischauen. Heute sollte dann... Ja, heute sollte dann die letzte Folge kommen. Oh, Gottes Willen. Ähm, von dem Mario Kart Wii Feature Party, den ich mit ihm gemacht habe. Ich habe einfach mal nur eine Mario Kart Wii mit ihm aufgenommen, dass er hochlädt. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr Lust habt. Und dann werden vielleicht in nächster Zeit immer mal wieder so abwechselnd kleine Videos reingestreut. Keine festen Projekte, sondern so Mini-Sachen. Das muss ich auch mal gucken. Sollte das nämlich so fest werden, dass das öfter passiert wird, passieren wird, Dann werde ich den Upload-Platten definitiv noch mal umstellen. Nein! Nein! Oh! Ich habe die Walküren-Lanze weggeschmissen. Nö, also ganz ehrlich. Wo kommt die denn her? Das könnt ihr vergessen. Ähm. Im Thema Vertief sind wieder auf Q gedrückt. Ich glücksheld. Ja, was... Das wollte ich jetzt mal so angesprochen haben. Und dann wollte ich noch zum Upload-Plan müssen, was kommt. Also es sieht momentan so aus. Es kann natürlich noch sich verschieben ein bisschen. Oh, das ist unser Portal. Das Montag... Äh... Also Minecraft kommt jeden Tag. Deswegen hättest ich mich auch gerade mit der Aufnahme. So, den Rest habe ich schon gut genug voraufgenommen. Außer Isaac. Aber das... Da habe ich noch ein, zwei Folgen drauf. Das täglich Minecraft kommt. Äh, Dienstag, Mittwoch und Freitag kommt Isaac. Ne, oder? Nein. Nein, nein, das war falsch. Nun geht im Vorzehnen zurück. Montag, Mittwoch... Okay, wartet. Zack. Firefox. Ich habe meinen eigenen Upload-Plan nicht im Kopf. The Fortuna Show. Zack. Oh, ganz um steht meine Adventure-Map, die ich mal vor Urzeiten gebaut habe. Von Air Jordan LP gespielt. Die richtig schlecht ist. Aber glaube ich Spaß gemacht hat. So. Montag kommt gar nichts. Weil ich Montag lange Schule habe. Also Montag kommt Minecraft. Aber sonst nichts weiter, weil ich Montag lange Schule habe. Blablub. Ähm. Dienstags kommt dann Minecraft und Isaac. Mittwochs kommt StarCraft II und Isaac. Donnerstag kommt wieder Minecraft und Isaac. Dann kommt Freitag wieder Minecraft und StarCraft. Samstag Minecraft und Isaac. Und Sonntag kommt dann Minecraft und ein spezielles Projekt, was ich anfangen möchte, sobald ich die 100 geknackt habe. So als kleines Special sozusagen. Da ist es aber noch nicht ganz fest. Das wird auch nicht direkt bei den 100 kommen, sondern so ein Stück nachher, weil ich da noch ein bisschen was für machen muss. Ein Intro wurde mir dafür gemacht, extra. Ähm. Dann wurde mir dafür... Dann muss ich dafür noch ein Outro erstellen. Und eine Punkteskala. Aber das werdet ihr schon noch früh genug alles sehen. Es wird auf jeden Fall... Ich glaube, es wird ganz gut ankommen. Wenn nicht, dann nicht. Dann wird es halt wieder gecancelt. Aber ich glaube, dass es gut ankommen wird bei euch. Weil ich das auch als erstes Projekt mal relativ weit durchdacht habe. Und daher nicht allzu viel schief gehen sollten können tun. Zack. Ja, bring mich am besten um. So. Oh Gott, ich muss niesen. Ich muss niesen. Kurz gemutet. Ich glaube, es kommt mir noch mal einer nach, aber... Für den Moment jetzt gerade... Habe ich... ...mich ausgenießt. Also, es ist echt ätzend mit der Erkältung aufzunehmen. Solltet ihr das... ...vermeiden können, tut's nicht. Ich muss mich die ganze Zeit zusammenreißen, nicht zu schniefen und sowas. Und das... ...kann schon recht hart werden. Äh... Was suchen wir gerade, fragen sich jetzt bestimmt einige. Wir suchen Futter. Für die Vögel. Wir brauchen Vogelfutter. Erst um die Vögel wieder hochzuhalten, wenn sie wie der hier Schaden gekriegt haben. Und dann einmal, um die kleinen groß zu ziehen. Ja, ich persönlich fänd's ja sinnig, wenn er da Vogelfutter droppen würde. Aber... Nee. Dem ist nicht so. Ich glaub, da war ne Pflanze, ja. Hätt schon wieder Schaden gekriegt. Ihn peppen wir noch gleich jetzt mal wieder auf, hier. Hä? Hey! Was ist das denn? Was ist... Was war das denn jetzt, bitte? Was war das denn jetzt bitte für eine Scheiße? Dann bin ich jetzt auch gerade wirklich überhaupt nicht einverstanden. Äh, ne. Das können sie vergessen. Okay, ich werd das jetzt so wehren, als wenn ich runtergefallen bin. Aber... Hör mal auf. Hör mal auf damit. Bitte. Bitte. Oh. Oh. Wir brauchen echt diese silbernen Äpfel. Oh. Danke. Äh, ich werde mir den Vogel wiederholen. Das können sie vergessen. Warum ist der wegge... Warum ist der abgehauen? Warum? Ich versteh's nicht. Wo ist das blöde Futter hin? Und du haust bloß ab... Hey, das ist doch nicht der Ernst. Ähm. Nö. Simpel. Nö. Ich begeh mich jetzt... ...zurück zum Haus. Und werde dort... ...ein Vogel großziehen. Natürlich den Weißen, weil es ja sonst ein bisschen unfair wäre. Aber den hol ich wieder. Das war nicht gerecht Wenn ich es im eigenen Verschulden gehabt hätte, hätte ich es ja noch verstanden, aber nö So nicht Ich fände es schlimm, wenn wir irgendwann so im Äther fliegen könnten Das ist doch recht angenehm Ich fliege falsch Wir müssen noch da So, wir müssen nach hier und dann nach hier Nein, das wollte ich nicht Das ist schon wieder so eine gestresste Aufnahme Das liegt aber auch daran, dass es mir gerade echt nicht so gut geht So, dann holen wir uns Mal Das Vogelfutter, um den kleinen groß zu ziehen Das Vogelfutter Hallo Äh Ähm, ja Da So, nehmen wir mal 10 Ein weißes Moa-Ei Und einen Sattel So Das Über sowas, äh, habe ich echt keine Lust, das nochmal neu fair aufzubauen Das ist einfach nur mega unfair Von daher Mach ich das auch nicht Kann ich das irgendwie direkt schnüpfen lassen eventuell? Nein Okay Packen wir es hier rein Das, was wir neu ausbrüten müssen, kann ich gerade noch so mit leben Ich bin einfach so extrem erkältet, Mann Das könnte, das könnte ich auch Letze rumheulen, denn Ja, ich werde die Aufnahme jetzt gleich erben Ich werde es so setzen, dass ich genug bis Mittwoch habe Und dann Äh, muss das jetzt mal reichen für mich Da muss ich irgendwie zusehen, dass ich Mittwoch nochmal eine Aufnahme zustande kriege Das ist ja auch der einzige Tag, wo ich das noch irgendwie hinkriegen könnte Und dann passt das erstmal Da muss ich halt gucken, dass ich Mittwoch das hinkriege Genauso wie Isaac, das werde ich heute auch nicht mehr hinkriegen Ich habe gerade noch einmal genommen, steht geguckt, wie viele Folgen ich habe Äh, da werde ich wohl auch Mittwoch mich nochmal dran setzen müssen Aber das klappt schon irgendwie Wenn nicht, dann muss ich mir was überlegen Ansonsten brauchen wir jetzt einfach noch Vogelfutter Und dann werden wir uns mal beim nächsten Mal wohl an den Gold Dungeon ran trauen Ja, ich glaube schon Wir werden uns aber beim nächsten Mal an den Gold Dungeon ran trauen Ähm Warum wird so dunkel? Ach, ich glaube es gewittert unten Ja, es wird gewittert unten, dann wird es hier im Äther dunkel Steht auf jeden Fall da mit so einem Wiki Ich habe mir das Wiki nochmal genauer angehuckt Damit ich nicht immer so ganz unbeholfen bin So, und ich schnief schon wieder die ganze Zeit nur Ich beende das hier jetzt Das wird sonst einfach so nervig für euch So unglaublich nervig Weil ich die ganze Zeit nur umschniefen bin Genervt Das können wir doch vergessen Das wird auch keine gute Resonanz dann kriegen Was habe ich jetzt schon wieder weggeschmissen? Irgendwas wichtiges Habe ich auch was weggeschmissen? Sieht nicht so aus Äh, ja Ne Wir werden das nächste Mal Vogelfutter suchen Sondern den Gold Dungeon trauen Der Schwarze ist geschlüpft Wie sich das anhört Äh, das ist so Hier Und hier So Und dann Ich muss schon wieder niesen Okay, vergesst es Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute Wenn es wieder heißt Ich bin total raus Äh, ja Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Wenn es heißt Let's play Minecraft im Ether Gesund Hoffentlich Bis Dann Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Ich bin total